Seid gegrüßt, meine Zwerge, Gnummer, Hobbits und Eindertum zu einem neuen Part, Meetopia, sind wir heute im Gasthaus, nein wir sind noch lange nicht im Gasthaus, wir kommen gerade aus einem, und dann meine Schatztruhe. Öffnen wir sie, ein bisschen Geld, ein bisschen Gold meine ich natürlich, das Geld steht natürlich für Gold, habe ich jetzt mal so bestimmt, und weiter geht's, das bunte Team, das verrückte Politiker-Team hier unterwegs, na, ein bisschen schneller gehen ist dann doch gut. Öffnen, was ist drüben, enthielt bestricktes Kleid, Putin hat das Item bekommen, oh, das sieht aber Russki aus hier, diese Mütze dort, das ist richtig, das steht ihm richtig, extrem, hier im Blau, perfekt, das ist doch eine wahre Russki Babuschki, ähm, Putin, Russki Putin. Weiß nicht, was Präsident heißt, ach du Scheiß, eine Falle, das habe ich jetzt nicht gewollt, oh nein, nicht wieder diese Horror-Pappe, nein, muss das sein, deswegen ist dran, Angriff, macht sie alle. Ich habe Angst vor diesem Banshee, diesem bösen Banshee, verzöhnen das Spiel, Spiel, was hast du vor? Oh, okay, das ging schnell, das war einfach, okay, dann können wir mal weiter, noch mehr Schatz tun, nein, ein Gasthaus, hui, das ist auch gut, können wir gebrauchen. Ich will in das Zimmer von Donalds gehen, dann sollst du deinen Willen bekommen, über Zwergi, dann kann Merkel und Putin, die können sich mal befreunden, ich schaue, was so bei denen abgeht. Okay, jetzt wäre gesinkt, Donalds stimmt mit ein, ach du Schande. Oh, Putin will einen japanischen Fächer haben, soll er bekommen, das Geld haben wir, nun gönnt er sich, japanischer Fächer wurde gekauft. Nun gönn dir, wo ist das aus? Und du, ein neues Klamotten-Teil, ein Pünktchen-Blume wäre der Traum von Merkel. Soll sie haben, soll sie sich ihren Traum erfüllen. Sieht zwar ordentlich kacke aus, aber als ob das vorher nicht kacke ausgesehen hat. Sie sind sowieso alle lachhaft. Oha, du hast fünf verschiedene Blüten, die bevorzugte Kleino der Blume gesammelt. Dann kann es ja mal weiter gehen. Immer weiter voran, wir haben eine Fee zu retten. Mit Tumblr Nummer zwei an meiner Seite fühlt sie sich ganz sicher, okay. Hat hier jemand Gold gesagt? Also ich habe nicht Gold gesagt. Och nee, noch mehr von diesen fiesen Banschies. Mann. Ich habe zwei Horrorspiele gespielt. Zumindest, ja, eins habe ich angefangen. Ja, da sind dazwischen was ein bisschen blöder. Aber diese Banschies machen mir mehr Angst, als die beiden Horrorspiele insgesamt. Na gut. Ich weiß nicht, Evil Revelations, das war... Na gut, da gab es eine Szene, da habe ich mir wirklich... Wollen wir nicht drüber reden. Fast einige Macht. Okay, ja, so schlimm sind sie dann doch nicht. Gib's zu. Aber sie sind schon irgendwie gruselig. Für so ein Spiel... Hm. Irgendwie nicht angemessen. Was der Tapu noch bringt. Diese Dialoge, die sind das Herrlichste an diesem Spiel. Wohin hat sich der dunkle Förster Julian wohl zurückgezogen? In seine Burg, nehme ich an. Die liegt auf dem Gipfel des Vulkans im Osten. Und ich spreche sie immer anders. Ich spreche diese Fee irgendwie... Im letzten Part habe ich sie ganz bestimmt anders gesprochen. Aber egal. Was soll's. Das seid ihr von mir gewohnt. Ist nicht... Von Kira gibt es einen Vulkan. Wir nennen ihn den Flammenberg. Er ist ein furchterregender Ort. Aber du wirst trotzdem dorthin reisen. Stimmt's? Ähm. Flammenberg? Das klingt ziemlich nach Mordor. Ach du Schande. Da will ich nicht hin. Nein, muss nicht unbedingt sein. Können wir das irgendwie verhindern. Was? Das war jetzt nicht, was ich erwartet habe. Aber letztendlich wird dein Weg dich ohnehin dorthin führen. Das spüre ich. Wahrscheinlich müssen wir da hin. Dann bleibt uns wahrscheinlich nichts anderes übrig. Oh, ein Weggablung. Bares, Obst oder Süßes. Ihr wisst, was ich nehme. Ist ja wohl klar. Eine dumme Frage. Was habe ich wohl genommen? Bares oder Obst? Hat noch mehr Fragen? Ein Gold-Bloink. Der bringt ziemlich viel Bares. Mit sich. So, Impuls. Auf den Gold-Bloink. Zack. 21 Punkte abgezogen. 5 Punkte. Kraftpunkte. Auch HP genannt. Ähm, ja. Blumenduft. Boah. Diese Reaktion. Boah. Blumenduft. So reagiere ich auch mal auf einen Blumenduft. Riecht es so an einer Blume am Strafenrand oder so. Boah. Das mache ich immer so in meiner Freizeit. Mein Dumm rief nur ein. Boah. 497. Das geht voran. Dann bald ein neuer Bonus. 500 Gold. Ich habe doch gesagt, ich will Moneten. Das Haus gefunden. Das war's. Nicht noch mehr Moneten. Ich will mehr Geld. Gib mir mehr Geld, Spiel. Das war alles 500 Gold. Enttäuschend, enttäuschend. Was haben wir denn hier? Eine Öffnung. Hier kommen wir wohl vorher erst nicht weiter, wie es aussieht. Das ist mal wieder ein passender Gegenstand gefragt. Natürlich kommen wir vorerst nicht weiter. Wäre ja zu schön, um wahr zu sein, wenn wir da einmal durchkommen würden. Müssen wir wohl einen anderen Weg gehen. Was, Putin, will jemanden knuddeln? Diese grüne Fläche ist zu groß. Woher kommt da wohl das viele Maus? Hoppla. Einspitzereien. Da stand wirklich Einspitzereien. Ach man, liebe Übersetzer hier. Was ist mit euch? Zeit für meinen ersten Gesicht. Gedichtsband. Als ob der nicht schon längst eingeschrieben hätte. Hoffentlich geht alles gut aus. Mehr Zombie Banschies. Ja, die sehen wirklich langsam aus wie Zombies. Ganz rum wie sind sie nicht, oder? Die sehen alle aus wie Chucky. Wah, kennt jemand Chucky die Mörderfucker? Ah, ich habe den Film nie gesehen. Der Trailer hat mir gereicht. Muss nicht. Merkel ist dran. Was? Ach, ich bin böse, oder was? Nein. Das geht doch gar nicht. Wie kann ich denn böse sein? Ich bin doch nicht böse. Ich bin höchstens in manchen Spielen geldgeil. Das kann ab und zu mal böse rüberkommen, aber ich tue doch keiner Fliege, was zu leide. Banschies schon. Banschies, den haue ich auf den Lachs. Den haue ich auf die Gurken. Böse Banschies. Den haue ich einer rüber. Und das schlammt. So kann es weitergehen. Merkel war die stärkste hier. Auf jeden. Na dann, sind wir bald da. Bald müsste doch der... Die nächste Fee kommen. Also der nächste Boss mit Feengesicht. Hm. Fiese Formel. Wie wäre es damit? Zack, zack. So. Alle einmal verbrüht. Lass uns tanzen. Okay, Putin lädt es zum Tanzen ein. Kalinka oder was? Kalinka, 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 Kalinka. Was? Eine HP-Banane? Meine HP-Banane? Ach, lass sie essen. Nun was soll die HP-Banane. So, nun wollen wir uns wieder zurück. Im nächsten Gasthaus kaufen wir welche. Oh. Ich haue jetzt zu. Ne, hauen tut sie nichts, aber schießen. Oha, die sind fast alle besiegt. So, Mi-Falle hat eine HP-Banane geschnuppt. Okay. Auf jeden Fall. Impuls. Die Mi-Falle besiegt. Kalinka, die Mi-U. Und ich kriege meine HP-Banane nicht zurück. Naja, was soll's. Nein, Merkel. Damit habe ich schon gerechnet. Lass uns tanzen. Kalinka, 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 Kalinka. Großer Schatanz. Munition von Putin ist leer. Äh, nein, Trump, Entschuldigung. Verwechselt. Das ist seltsam. Putin und Trump zu verwechseln. Das sollte eigentlich nicht vorkommen. Du schaffst das, Zergi. Ja, danke für deine Ermunterung, Putin. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich durch den lieben Wladimir irgendwie ermutigt fühlen könnte, aber... Ja, 501 gerettet. Vielleicht haben wir 502. Das riecht nach Bonus von Horst. Na dann holen wir uns den Bonus. HP und MP Steuervergörsern. Und 5 wahrscheinlich, wie immer. Ich hab Hunger. Du machst wohl Witze. Was, wie viele Monster soll es denn hier noch geben? Merkel ist schon so dermaßen angeschlagen. Noch lebt sie irgendwie. Warum auch immer, sie noch lebt. Sie war doch schon am Boden. HP Streuer. Okay. Na dann. Impuls auf die böse Banshee. Die Trolle sind mir relativ egal. Die böse Banshee macht mir Ängste. Hilfe. Was ist... Nein, Putin. Nicht. Geh nicht. Bleib noch bei uns. Wir brauchen dich im Team. Prinzessin Putin. Was macht ihr mit Trump? Meine Güte. Was seid ihr für starke Gegner? Mach auf, Donald. Oh nein, Donald rührt sich nicht. Was? Ineffektiv. Die Attacke. Oh, eigentlich hat jemand die Banshee besiegt. Es wurde Zeit. Troll B. Angriff. Nein. Putin. Halt aus. Du bist ein ganz starker. Eine ganz starke Prinzessin. Sei stark. Sei eine echte Prinzessin. Halt durch. Merkel überlebt Trump wieder. Okay. Nächste Beziehung. Du. Rapp. Level 2. Pflichtige Bekanter. Na denn. Ankommen gelernt. Und Chucky, die Mörderpuppe hier. In Miitopia. Ob das so eine richtige Platz hier oben ist, weiß ich nicht. Oha, das sieht gerade sehr schlecht aus für unser Team. Und was soll denn Lärm ist? Blumenduft. Trump hat keine Munition mehr. Ich bin ein kleines bisschen aufgeregt. Hau rein, Fee. MP für alle. Der MP-Steuer verbraucht. Okay, ich kann mich dann aber auch mal aus der Ruhezone herausholen. Donald bräuchte sie gerade viel nötiger. Hätte sie viel nötiger. Wach auf Putin. Oh, danke Merkel. Schön, dass du das für uns machst. Dass wir wieder einen Kämpfer mehr haben. Wie tut mir leid. Sagst du zu einem Troll, tut dir leid. Naja. Diese Formel. Los geht's. Zack. Weil auf einmal... Oha, das war ein... One-Hit. Ja, schon vorbei. So sieht's aus. Der wäre acht für Donald. Hurra, Banshee-Tränen. Na, deren Tränen will ich haben. Ein Gasthaus, endlich. Du hast 500 Leute gerettet. Wow, die Macht des Horst. HP-Steuer vergrößert. Steuer hat er übrigens auch vergrößert. Wer war das denn jetzt? Donald und ich. Bekannte vier. Kümmern gelernt. Merkel und Putin. Level zwei. Angeben gelernt. Schön, schön. Alle ein bisschen... Nein, wir hören noch nicht auf. Wann könnt ihr, wenn ihr tot seid? Den Kampf. Es dauert noch ein Weilchen, bis wir da sind. Bei der Fee. Aber... Ja. Kann ruhig dauern. Ich hab hier meinen Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Das östliche Tor ist verschlossen. Ja, mächtige Magie hat es verriegelt. Ah, aber... Falls du den dunklen Fürsten verfolgen willst, werde ich das Siegel lösen. Oh ja, bitte. Dafür müssen wir jedoch nur zunächst meine Schwester retten. Wir benötigen die vereinigte Magie von uns dreien, um das Siegel zu brechen. Ach so ist das. Na dann, weiter geht's. Ja. voran, voran. Wir müssen die Fee finden. Hier erfahren. Was darf ich nicht erfahren? Ich lauf direkt hinter die... Das sieht doch schon sehr nach Tumblr Nummer 1 aus. Tumblr Nummer 1. Ihr Gesicht. 1 und hätte ich eigentlich mal blacky mal richtig einsetzen können aber naja ich wusste ja nicht dass die fehl zu rollen wird sonst hätte ich direkt mal black wieder eingesetzt okay die dreht ihren kopfhörchen um 180 grad impuls 30 attacchi putin merkel komm setzt du auch was ein vorsicht er warnt mich nur führt donald in die irre welch schönes wetter führt putin in die irre was es wohl zu futtern gibt es ein schönes wetter feierfrei okay das war scheinbar nicht sehr effektiv wer konnte trotzdem einsetzen benutzt man die fiese formel vielleicht bringt es etwas mehr okay bringt nicht mehr aber damit können wir wohl zwei oder mehr leute treffen merkel ok was bringt das in die irre führen kann man dann nicht mehr einsetzen ist gegen das geistes abwesen sowieso immer ich sowieso immer blumenduft das ist nicht außergewöhnlich dann ist es wieder ganz da ach so ich stehe jetzt in die leere bringt das irgendwas im kampf eigentlich nicht oder was für ein schönes wetter impuls ich kann trotzdem noch voll angreifen soll halt irgendwie nur lustig aussehen aber aber was soll es welch ein schönes wetter was für ein schwachsinn wenn man merkel in die ruhezone gelegt noch einmal merkel ist nur ganz da kann auch ganz weg sein oder irgendwie kann sie trotzdem einsetzen sagen sie sachen einsetzt so lange sie kämpft so von mir aus irgendwie nach dem wetter gucken okay das sieht gut aus die tumblr-äule ist schon fast besiegt noch einmal impuls attacke das wohl heute von der gibt es werden du denkst wir uns futter nieder ist klar merkel die irre nein putin bladimir nein nicht nicht gehen ich brauchte ich noch nein trump ihr seid ein gutes team bleibt bei mir noch auf donald genau was auf hier wird es nicht beruht mit der macht der streuer wiederbelebt und geheilt wird um sich herum schießen und alle treffen auch die eigenen teammitglieder hui zwängel ist wieder ganz da an okay fiese formel bringt zwar nicht wirklich was aber auf geht's sieht episch aus putin ist wieder ganz da um den blick neue technik entzünden okay habe ich den fächer entzündet okay okidoki wenn es hilft was wollen es zum futtern gibt ah donald der denkt wieder einmal seinen lachs und sein kaviar wenn er sich ja leisten kann zwängel bietet hilfe an jaha sieben plus sieben nein bitte jetzt nicht rechnen warum war ich jetzt nicht gefasst ja ich weiß was sieben plus sieben ist aber es gibt keine mathematik mehr zukünftig mh solchen spielen na verflixt na hin was passiert mein ganzes team ich habe keine leben streuer mehr donalds du musst mal in die ruhezone putin und merkel sind's game over na hin was soll denn der mist kommt die tamlauele ist fast besiegt kämpft ja ungern gegen eulen aber hier muss wohl einmal sein zack besiegt huha gerettet danke meine lieben 506 2,80 gleich so viel dazu weiter geht's level 8 für mich super level 8 für merkel bäh süßer blumenduft gelernt frische mit blütenkraft reichlich HP wieder auf magie waldnüsse gefunden ah die eule zu viele nüsse gegessen und aus ihrem magen haben wir die jetzt rausgenommen und können die jetzt essen bah ih stell dir mal vor du isst sowas aus dem magen bah die leiche so aufgeschlitzt und aus dem magen rausgenommen bah aber gar nicht auf diesen gedanken im weg eingehen fesche 4 1 tumbler 1 ich hatte mich schon gefragt wann ihr wann mich jemand rettet schwester aha alles klar du möchtest nach osten den dunklen fürsten verfolgen jo das will ich das ist mein plan genau das wollte ich hören wir warten am westlichen tor auf dich lass uns nicht warten komm jetzt tumbler Nummer 2 da gehen sie hin wir haben sie beide gerettet moment empfehlen dank für deine hilfe tumbler 2 hat dein team verlassen hey sieht nach einem gasthaus aus ja ein gasthaus noch eine nacht schlafen lass nur eine nacht dort stehen die helfen wirklich dann brechen wir auf östliche tor und da sind sie alle drei tumbler 1 tumbler 2 tumbler 3 da bist du ja endlich schwestern seid ihr bereit ja aber immer noch die magie der drei fehlen oder helfen ist mir egal oh ein tanz ein magietanz ging ziemlich russisch ganz lehrer putin oder was unterricht bei prinzessin putin gehabt ok wenn es hilft östliche tor öffnet sich ja wir können weiter geht's was der dunkle fürst muahahaha danke dass ihr das tor geöffnet habt ihr habt mir sehr geholfen hilfe muahahaha nein nein ihr gesicht schon wieder nun sollte vorerst schluss mit eurem fehlenzauber sein so jetzt ist es so weit es ist zeit für einen besuch bei eurem elfenfreundin muahahaha oh nein so viel zu es geht weiter tumbler 3 schwester wir müssen dich nach hause bringen am besten brechen wir sofort auf tut uns leid ich wusste doch dass das so schnell nicht geklärt wäre jetzt haben ja alle ihre gesichter verloren ach du schande das ganze dorf das war bisher immer nicht so da hatten wir noch jemanden übrig den wir nicht retten mussten so sahen alle schon aus als wir hierher kamen doch der dunkle fürst hat ganze arbeit geleistet als ältester habe ich die pflicht das hier zu bereinigen hilfst du mir ähm ne ich will weiter du musst das sein und wenn ich ganz es ganz höflich sage hilfst du mir bitte zwerg naja gut wenn du so lieb danach fragst wenn es wirklich sein muss ja ich wusste dass du uns nicht im stich lässt tumbler 1 hat sich dir angeschlossen tumbler 2 kümmer du dich um die anderen geht klar also dann brechen wir auf matte zum 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 Untertitelung des ZDF, 2020